Wir bauen ein Parkhaus. Aber da stand ein Nebensaufer eins bauen. Ja, wie soll ich da ein Nebensaufer eins bauen? Wir bauen uns gegenüber. Falls überhaupt noch mal irgendwann was fertig wird. Wo hast du jetzt ein bisschen was hin? Na, hier hinten werden ja auch noch die riesigen Projekte angegriffen. Angegriffen? Ich warte nicht, dass sie angegriffen werden. Und wir warten. Und warten, und warten. Guck mal, das blöde Rindfleisch, da fehlen noch 12 Stück. Der hat ja vorhin auch mit mir geblieben. Ja, wenn sie dann noch nicht fertig waren, wir hätten einfach leere Kisten mitschicken sollen, wo wir Rindfleisch gleich raufschreiben. Wir hätten das Rindfleisch vielleicht einfach strecken sollen. Oder wie heute mein Couscous, der war auch gestreckt mit Reis. Das war voll komisch, wenn er kein Ziel hat. Okay. Angeblich war es Couscous, aber es war zu einfüttern und so. Und kriegen wir das jetzt? Kommt schon. Ich gucke aber Zuckerwolle. Toll, das ist jetzt. Riechen sogar von leicht zersetzt es ihre Lungen, aber auch das ist Teil des Fortschritts. Achso, das ist jetzt das Gebäude. Haben wir denn da genug Strom? Ähm, 40? Ja, sieht so aus. Verweiten, nur noch verweiten. Du musst da irgendwas einstellen. Es hat immer noch kein Rindfleisch mitgenommen. Takt. Und der Zucker ist auch kurz vor knapp. Toll. Ah, dafür haben wir Geld ohne Änder. Und du zockst wieder mehr. Du hast schon 2018 dieses Jahr verzockt. Ne, es scheint noch, ähm, na gelb siehst du ja. Mehr können wir hier nicht bauen. Zwei neue Anwohner. Und? Nimm da wenigstens Waren mit? Ja, die, der Zucker ist weg. Ich hoffe, das Zucker ist weg. Das Zucker? Habe ich das Zucker gesagt? Ja. Oder ich habe mich verhört. Mag sein. Penulti. Oh, ich halte 84% das stimmt. Zählmethoden. Hm. Pff. Betrug ist nicht akordelig, glaube ich. Würde ich auch sagen. Okay. So. Haben wir noch irgendwelche Baustellen? Oder ist alles fertig? Hinten das Öl ist, glaube ich, noch offen. Sie! Sie! Ich bin bei Facebook und was soll denn das? Ich hab keine Ahnung. Ich wette, ich kann das bei Facebook posten, wenn ich mein Kanto verknüpfe. Aber warum sollte ich das machen? Okay, die Wahl gewinnen haben wir gemacht, oder? Was ist das? Oh, da stand gerade was. Ach. Ja. Ach, die Vision ist zu Ende. Ja. Also schön. Ja. Na gut, dann schneide ich das einfach nicht dazu vorher noch mit dran. Okay, gut. Dann haben wir noch eine Mission gesehen. Ja, haben wir das gemacht. Unser finaler Punktestand errechnet sich aus dem Stadtbudget. Hä? Aber ist doch viel höher. Ist das 27 Stunden? Ne, das glaube ich, das ist die Bilanz. Ach so. Und seit die Antriebsgröße... Ach, keine Ahnung. Ich habe einen Traum. Auf jeden Fall haben wir gebraucht. Eines Tages wird er warm. Okay. Wollen wir das weiterspielen? Kannst ja erstmal speichern und dann überlegen wir das später. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen wie das ist. Wir fanden es jetzt nicht sooo... Zurückspeichern. Sooo... Nicht sooo supergeil. Ganz nett. Aber ich glaube, wir suchen uns noch ein anderes Spiel. Ja. Was uns mehr fordert. Ja. Ich glaube auch. Es ist nicht so... Ja, wie schon immer. So Tropico, so ein bisschen was bauen, dann wird es halt auch relativ schnell, relativ langweilig. Mhm. Irgendwie fehlt die große Herausforderung. Ja, und da ist die Strategie dann da. Also irgendwie so... Man baut halt ein Gebäude und dann kann das alles schon. Richtig. Wenn es nicht, dass irgendwie mal was passiert, wo man aufpassen muss, dass... Ja. Gelbkirch war quasi in den Arsch geblasen. Mhm. Und ich glaube nicht, wir haben das jetzt nicht so richtig gut gespielt. Also es war halt schon recht durchschnittlich, was wir hier gemacht haben. Naja, wir haben einfach irgendwo gebaut. Einfach irgendwas gebaut. Und es war trotzdem ohne Probleme noch. Also bis auf das eine Mal, wo wir Minus gegruscht sind. Naja, das war ja nur kurz. Ja. Also ihr könnt ja schreiben, wie ihr es findet. Genau. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Wieso? Warum nicht? Okay. Ich dachte, wir können doch gucken, ob wir was aufrüsten können. Achso, du meinst den Charakter? Ich weiß aber nicht, wo genau... Wir können... Äh, Spiele... Äh, bei der Mission? Ne... Kampagne kann ich jetzt... Das ist jetzt die nächste, kurz. Ne... Doch, doch, das ist die nächste, genau. Ja, aber wir können jetzt nicht unseren Charakter irgendwie noch verbessern. Ne... Und jetzt ist die schwierigste, die muss ich... Aber schau mal, wir haben jetzt hier das schon drauf, ne? Okay. Na gut, also ich würde jetzt erstmal kein Zeugs-Kampagne spielen sehen. Wenn jetzt so in den Kommentaren hunderte Menschen, also wenn es jetzt so fünf, sechs, sieben Leute gibt, die unbedingt noch eine Fortsetzung sehen wollen, würden wir das machen, ansonsten denke ich mal eher nicht, ne? Mal gucken. Das Leben ist zu kurz für nette Spiele. Genau, macht's gut. Tschüssi!